Der Drachentöter Und dieses Mal geht es unerwartet für die Lowbusters noch? Graz. Warum noch Graz? Weil wir bei unserem Auftritt in Salzburg schon darüber gesprochen haben, dass wir weitere Live-Podcast-Auftritte haben, gemeinsam die Lowbusters mit dem Drachentöter-Podcast und es wurde Graz als nächste Station auserkoren und zwar bereits am 19. Jänner 2024 ab 19 Uhr im Hörsaal 15.11 Bauteil B im ersten Obergeschoss am Resovi-Zentrum in Graz in der Universitätsstraße 15. Wir waren auch noch nie dort, darum freuen wir uns recht, dass wir dort auf jeden Fall mal auftreten dürfen. Klingt kompliziert, ich gehe davon aus, wir finden alle hin. Ganz sicher. Wie schaut es denn aus? Machen wir wieder Drogendealer von 0 auf 100? Falls natürlich die Nachfrage besteht, also auch in Graz, dass man sagt, hey, wie ist das eigentlich Breaking Bad in Graz, also Breaking Graz. Aber wir haben uns dieses Mal, wie ist es ein bisschen angedacht und angekündigt, auch eigene Segmente überlegt. Ein Segment ist, was man im Studium lernt und dann in der Praxis vielleicht doch nicht ganz braucht. Ob jetzt Serien alleine auf Netflix weiterschauen, sehr aktuelle Geschichte natürlich, vielleicht sogar eine Eheverfehlung sein kann, was der Passierschein A38 mit Adeptus Administratorum von Walmart 40.000 und den Behörden in Österreich generell zu tun hat. Und last but not least, warum Stocking heute, wir haben im Zeitpunkt der Aufnahme sehr tiefe Temperaturen heute, warum das viel bequemer ist wie früher, was das Ganze mit Smart Home zum tun hat. Wie immer live in Farbe und bunt. Und einerseits die Lobasters, meine Wenigkeit, Michael Lanzinger, diesmal um einige Personen erweitert, also konkret der Alexander Utzferner, ein weiterer Lobaster und natürlich der Drachentüter, ist wieder live dabei. Und wir werden wieder schauen, dass wir das live aufzeichnen und dann demnächst irgendwann mal an Er geben. Ganz genau. Also, wir wiederholen nochmal. Hörsaal 1511, Bauteil B, erstes Obergeschoss am Resovi-Zentrum in Graz, Universitätsstraße 15. Wie immer, kommt's oder wir verklagen euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.